Leute, lasst die Korken knallen. Heute ist Dienstag und damit Update-Tag in Hero Zero. Damit geht's weiter aus der Welt von HZS12. Beste Änderung ever. Ich hab da noch ein paar Begleiter, später mehr dazu, aber... Eine Sache brachte dieses Update. Ich werd's gleich zeigen. Ich hab mir da eine Mission aufgehoben. Das war in... nicht in Paris, sondern in... Silicon Valley auch nicht, in Gamble City. Wo war denn das? Hier. Kampfmission. Hä? Vier Minuten? Vier Energie? Seit wann gibt's vier Minuten Kampfmissionen? Schilling ist ein Booster ausgelaufen. Nö, ist er nicht. Aber ich hab hier den 50er-Booster drin und den Team-Booster besitzen wir ebenfalls. Sie haben die gesamten Missionsdauern erhöht. Und zwar drastisch. Es gibt nun keine... eine-Minuten-Missionen mehr. Das ist spitze. Der ein oder andere sagt vielleicht, naja, toll, diese eine-Minuten-Missionen. Ich hab hier mal alles erneuert und die gaben so viele Erfahrungspunkte und so. Aber nö. Ansonsten ist das genial, weil... Sagen wir mal. Das wäre jetzt vor dem Update eine zwei-Minuten-Mission gewesen. Dann hätte die einfach 3220 XP gegeben und 3125 Münzen. Das heißt genau die Hälfte. Aber was sie gemacht haben, einfach Missionsdauer mal zwei, Energie mal zwei und Belohnungen auch mal zwei. Oder nicht mal zwei, aber eben mal wie viel auch immer. Ich weiß jetzt nicht konkret, wie lang die Missionen sein können. Ich sehe auf jeden Fall hier 13 Minuten. Und das mit dem neuen Team-Booster. Früher gab es ohne Booster ja nur 12 Missionen. 12-Minuten-Missionen als Maximum. Das ist spitze. Das finde ich echt spitze. Keine eine-Minuten-Missionen mehr. Und ich glaube, es gibt nicht mal zwei Minuten-Missionen. Zumindest habe ich aktuell noch keine gefunden. Und das ist gut. Das... Da kann man auf jeden Fall... Ja, hat man wieder mehr Zeit und könnte sogar vielleicht zwei Server zocken. Weil... Und noch dazu, es ergibt wieder alles viel mehr Sinn. Die Batterien. Das lohnt sich jetzt, wenn jemand nicht so viele Donuts hat oder nicht so viel Zeit. Dann kann man einfach eine 13-Minuten-Mission nehmen. Da zweimal verkürzen. Und ab geht die Post. Und hier ansonsten vier Minuten Kampfquests und so. Das ist spitze. Ich freue mich so richtig drüber. Als ich das gelesen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Habe sofort auf den Server geschaut. Und es ist in der Tat so hier drei Minuten. Und so und so viel XP. Man verliert nichts. Uns Spielern geht es dadurch nicht schlechter. Man könnte auf den ersten Blick vielleicht meinen... Ja toll, jetzt dauern die Quests länger. Ich verbrauche mehr Energie, aber bekomme nicht mehr. Doch, man bekommt eben auch bessere Belohnungen dadurch. Pro Energie gerechnet. Das ist so schön. Das ist so toll. Ach, ist das genial. Das ist echt genial. Wo war jetzt diese Mission, die ich annehmen wollte? Sorry, dass ich da wie wild herumklicke. Aber ich bin so gehypt. Ich bin so happy. Das ist so schön. Weil das war das pure Chaos. Ich meine, wie lange ist das jetzt schon online? Zwei Wochen, genau. Ich glaube, am Dienstag vor zwei Wochen gingen die Teambooster an den Start. Womit man statt 50% minus 70% haben kann. Und dadurch sind eben ein Minuten Missionen entstanden. Keine drei Minuten Kampfmissionen mehr. Nur noch maximal zwei Minuten. Und das war verrückt, vor allem wenn die das irgendwie drauf anlegen, dass man sogar mit Donuts überspringen soll an manchen Tagen. Dann hat jemand ein paar Trophäen und durch Schurken 400 Energie, sagen wir mal. Das wären doch 400 bis 300 bis 400 Donuts. Pro Tag alles überspringen. Das geht doch nicht. Und jetzt ist das wieder auf einem akzeptablen Level. Und das feiere ich wirklich. Also ich finde das gut. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, weil das ist so nicht ein Rundungsfehler. Aber die Ein-Minuten-Missionen, die waren heftig. Da gab es echt richtig heftige Missionen. Und die hat man jetzt eben nicht mehr. Aber im Grunde genommen sollte sich trotzdem nicht allzu viel ändern. Und jetzt aufgepasst. Der Teambooster. Ich möchte da nicht reinklicken. Moment, ich sehe mir ein anderes Team an, wo ich weiß, dass die das haben. Die sterbenden Helden haben das bestimmt. Hier Missionsdauer reduziert um 20%. Diesen Booster wollen sie ändern, steht in den Patch-Notes. Aber erst im nächsten Update. So, dass man sich jetzt drauf einstellen kann. Und wer den neuen geänderten Booster nicht haben möchte, soll den auch nicht mehr jetzt erneuern. Nämlich, Missionsdauer reduziert um 20% bleibt. Aber Energiebedarf wird nicht reduziert. Das heißt, sagen wir mal. Diese normalerweise eine 2-Minuten-Mission gewesen wäre. Dauert dann nur eine Minute. Aber verbraucht trotzdem 2 Energie. So, genau. Das heißt, man verbraucht gleich viel Energie wie jemand ohne diesem Teambooster. Nur es dauert nicht mehr so lange. Und das ist gut. Also ich bin immer für Premium-Dinge, die nur eine Zeitersparnis sind. Das andere war echt heftig. Da haben sich auch viele aufgeregt. Auf den alten Servern. Weil da nicht so viele Leute mehr aktiv sind in den Teams, dass die da irgendwie noch wöchentlich diese Donuts aufbringen könnten. Ja. Das heißt, wird nicht mehr so wichtig sein. Nur noch eine Zeitersparnis. Aber trotzdem, für mich ist es das wert. Das heißt, da ab und zu ein paar Donuts reinballern. Und ab geht. Begleiter Watson habe ich bekommen von einem Schurken, den ich 20 Mal angegriffen habe in etwa. Und den Nielsen. Der war in Gamble City. Habe ich am Sonntag noch ein bisschen geblättert. Oder ge... Nicht geblättert. Gamble City Casino auf jeden Fall. Habe ich den bekommen. Und den löse ich ein. Wie du mir, so ich dir Joggingpartner und Kopfnuss. Doppelklick. Und Nielsen, der Einköpfige. Der ist am Start. Und eine weitere Änderung gleich mit dem Update. Man sieht nun... Da muss ich einen anderen ausrüsten. So. Man sieht nun die Stats. Im Vergleich. Einmal so, wie sie aktuell sind von dem Begleiter. Und dann auf der aktuellen Stufe. Früher wusste man nie so genau. Hm, Moment mal. Ja, natürlich hat der jetzt Minus. Aber wie würde es aussehen, wenn der Begleiter auch auf Level 26 wäre? Und in diesem Fall ist der Neue, der im Inventar schlummert hier, um 26 Stats besser, wenn ich den auch auf Level 26 pushe. Das ist ebenfalls eine gute Änderung. Und da bin ich sehr zufrieden. Und freue mich. Über das gesamte Update. So, dann noch ein paar Dinge. Da muss ich aber sagen, das gab es bisher auch schon. Meines Erachtens nach. Nämlich, wenn man Fernbedienungen bei Schurken verwendet. Und der Schurke dann stirbt, bevor man selbst den Angriff starten konnte. Dann bekommt man die Fernbedienungen zurück. Das habe ich aber vor zwei Tagen schon bemerkt. Ich weiß nicht, warum das nochmal in den Patch Notes steht. Das haben sie aber auf jeden Fall schon mal irgendwann geändert. Egal, wie auch immer. Und dann muss ich kurz auf meinen Spickzettel schauen. Ah, genau. Die neuen Booster. Da gibt es ja auch einen Trainingseinheiten-Booster. Der Premium mit Donuts gibt sieben Trainingseinheiten pro Tag dazu. Und der Münz-Booster hat in der Vergangenheit drei Trainingseinheiten dazugegeben. Und jetzt wurde das angehoben auf vier. Ist nicht viel, aber ein Schritt in Richtung auch Free-to-Play. Und das begrüße ich. So, dann noch hier ein neuer Menüpunkt, nämlich Spiel. Da kann man zum Beispiel ausstellen, dass man die Teamkämpfe, Bandenkämpfe sehen möchte und so. Diese neue Vorschau mit dem Bild da im Shop kann man ausblenden. Und so weiter und so fort. Und die letzte große nennenswerte Änderung, wenn man arbeitet. Und sagen wir mal, ich habe jetzt im Extremfall 24 Stunden eingestellt. Bemerke aber, dass ich nach 22 Stunden schon fertig bin und wieder gerne zocken würde. Dann kann man abbrechen und erhält 11 Stunden Arbeit zurück. Also als Münzen. Sprich, jede absolvierte Stunde, 50% von dem Lohn bekommt man. Oder einfaches Beispiel, ich arbeite zwei Stunden, habe aber nur eine absolviert und möchte dann abbrechen. In der Vergangenheit hätte man 0 bekommen und jetzt bekommt man eben den Lohn der ersten Stunde zu, 50%. Ist gut, finde ich gut, ist auch eine feine Sache. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, dass das früher nicht möglich war. Musste man eben manchmal abbrechen, wer das nicht gut genug geplant hat. Selbst schuld, kein Mitleid, aber jetzt bekommt man nochmal ein bisschen. Hier 18.000 Münzen. Erfahrungspunkte, nicht Münzen. Touristen. 10 Trainingseinheiten. Da doch passt. Von den Schurken habe ich alle erledigt. Jetzt ein Lösere. Sowas von. 15 Mal Schnürsenkel zusammengeknotet. Noch mal ein Epic. Sauber. Blausiger Job. 10. Ah, jetzt muss ich warten. So viele. Schauen wir mal. 13 Trainingseinheiten. Okay. Und jetzt. Erstmal rüste ich, glaube ich, den Nilsen aus. Den finde ich cool. Den hatte ich noch nie. Der wird mal hochgelevelt. Nilsen, der Einköpfige. Genau dann. Die Mission ist hier fertig. Kann ich mal umrüsten. Die anderen Items habe ich ebenfalls. Von ein paar Schurkenangriffen und so. Ich kann auch da mal hier 30.000 Münzen. 7 Millionen wieder am Start. Das ist ganz fein. Oder sowas. 10 Minuten überspringen. Dann schafft man den Tag leichter und so. Man muss ja nicht richtig hardcore am Start sein. Nur wenn man möchte. Man muss sich erstmal wieder mit den Zahlen ein bisschen zurechtfinden. Momentan weiß ich nämlich nicht zurecht und so. Aber. Ja. Wieder. Ich bin doch. Ich hatte erst mein Level ab. Und jetzt sind nur Schrott Mission. Ich nehme jetzt einfach die. So. Und rüste mich um. Alles anziehen. Alles anziehen. Was war denn da dabei? Das sind richtig viele schöne Epics am Start. Plus 23 sauber. Dann plus 17 sauber. Plus 18 sauber. Und von der Verteilung gefällt mir das auch ganz gut. Muss ich sagen. S2 bin ich noch immer am Leveln. Nicht so krass von den Missionen. Sondern da mache ich immer die Trainingseinheiten. Das passt so weit. Vielleicht suche ich mir da sogar ein Team. Schauen wir mal. Aber irgendwie jetzt. Vor allem mit dieser Änderung. Da gibt es krasse Missionen. Wo man nur paar Mal am Tag klicken müsste. Dann immer vier Batterien pro Tag. Zwei lange Missionen überspringen. Und man kann den zweiten Server locker flockig nebenbei noch führen. Das finde ich gut. Also fettes Props muss ich sagen. Ich wusste es aber ganz ehrlich. Die haben immer eine Lösung parat. Als diese Belohnungen kamen mit Energie und so. Und jeder gesagt hat. Das schafft man doch nicht pro Tag. Haben sie Multitasking eingeführt. Und so weiter und so fort. Und das ist fein. So was waren da jetzt hier. Wieder was Neues. Vier Fähigkeitspunkte. Sauber. Sauber. Also ich habe fest daran geglaubt. Um ehrlich zu sein. Kann man einen Begleiter umspülen? Begleiter können nicht gewaschen werden. Oh schade. Aber das wäre doch auch mal fein. Oder? Ist aber nett, dass so eine Fehlermeldung kommt. Und nicht in etwa Error. Funktioniert nicht oder so. Begleiter können nicht gewaschen werden. Ja gut. Wenn ihr das sagt, dann sagt ihr das. Sehen wir uns mal die Rangliste an. Oh. Die Woche hat wieder erst begonnen. Und schon eine Million am Start. Das hat der Schilling die 0. 63. Das passt Helden. Stufe 40. Was geht denn ab? Wir haben 0 Energietrophäen. Was geht denn? Los da rein mit euch Leute. Zockt ihr alle auf Münzen? Oder wie sieht es aus? Im Schneckenhaus. So. Hier geht es weiter. Hier geht es weiter. Den lasse ich mal. Ich weiß nicht, ob ich den einsetzen soll. Nicht so schlimm. Schlaue Bursche wie du mir. Soll ich dir? Ja. Ich kann nicht alle hochleveln. Ich schaue mal ein bisschen in die Post noch hinein. Anfragen. Meuchelmeister. Ramos. Meuchelmeister. Meuchelmeister. Fangen. Und einige. Habe ich da einen Namen zweimal gelesen? Du du du. Nein. Habe ich nicht. Allen helfen. Mach hin. Ich muss trainieren. So. Was trainiere ich gerade? Int. 16 Trainingseinheiten. Aber. Das geht locker. Oh. Helden. Dingenskirchen. Ligakämpfe. Frostkristalle finden. Du du du. Präsentationsfolien. Energie verbraten in dieser Woche. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Post. Wollte ich noch reinschauen? Es ist zu Update von heute. Folgende. Achso. Okay. Danke, dass du mir das reinkopierst. Ich dachte, du schreibst deine Meinung. Die Patchnotes. Die kenne ich schon. Aber ich kann sie noch ganz kurz ansehen. Vielleicht habe ich ja was vergessen. Nö. Habe ich. Nicht so ganz. Außer hier Mobile. Davon habe ich keine Ahnung. Nur ein kleiner Fehler wurde behoben. Gut. Du du du. King Nick. Wie ist mein Held? Kannst du bitte meinen Helden bewerten oder mich in deine Freundesliste dazu tun? Ich mache Nummer 2. So. Denn du bist erst 45. Wow. 10% Booster. Zumindest 25%. Bitte. Bitte King Nick. Tu das. Aber ansonsten. Genau. King Venom. Hey. Spiele. Was? Spiele in der Schule Hero Zero. Und in Klammer. Dürfen das. Was? Wie so. Herr Professor. Darf ich Hero Zero zocken? Ja klar. King Venom. Geh nur kurz raus. Soll ich dir helfen deine Alu zu klicken? Ach so. Energie heißt das ja hier. Ja. Okay. Dürfen das. Wenn du das sagst. So. Und dann irgendwie so. Spiele Trend. Klassenbuch Eintrag. Sie haben nicht den Siegestreffer beim Schurken geschafft. Ja. Ja Herr Professor. Beim nächsten Mal schaffe ich es dann hundertprozentig. So sieht's aus. Ich bin schon ein paar Jahre lang nicht mehr in der Schule. Mh. Das ist saftig. Das ist fast eine Minute 1000. Kann man sagen. Und das ist eine fette Zeitersparnis. Dann kann ich das von den Schurken auch endlich mal abnehmen. Die gestern und vorgestern waren. Nicht abnehmen. Annehmen. So. Es kommt nichts Gutes nach. Das ist eine Frechheit. Hier. Das auch jetzt durchgeboxt. Ich weiß. Ein paar Donutspieler drehen sich gerade im Grab um und denken sich. Schilling. So miese Missionen nimmst du an. Aber. Jetzt wird eine Münzmission gegönnt. So. Zur Strafe. Weil ich den Siegestreffer nicht gepackt habe. Noch ein, zwei Nachrichten. Skillboss. Du warst erst. Uli 1. Wichtig. Kannst du mein Schar bewerten? Du hast gelogen. Das ist nicht wichtig. Fighter 20. Auch wichtig. Hey Spieletrend. Weißt du was mir aufgefallen ist? Dass dich noch nie jemand gefragt hat. Wie es dir geht. Also wie geht es dir? Doch. Ein paar haben das schon mal gefragt. Bin ich mir sicher. Glückwunsch zu Level 250. Da bist du aber spät dran. Spiel mehr in der Liga. Gib mehr Skills und gute Setteile. Kann man da auch gewinnen. Ja. Aber die Liga. Das ist mir zu stressig. Muss ich echt sagen. Und die Angriffe. Und dann immer die Wurfwaffen. Und dann kommen die Gegner. Und dann sind welche aus dem Team dabei. Und dann. Die Liga. Die gibt kein XP. Wenn sie XP geben würde. Würde ich es machen. Steenpunkt. Schreibt Hallo. Wieso kannst du Training und Missionen gleichzeitig machen? Das ist ganz easy. Such nach meinem Video namens Multitasking. Hero Zero. Oder ich beantworte es dir. Ab Level 60 oder 70 oder 50 oder so. Kannst du. Wenn du auf einer Mission bist. Klickst du die Hand lern. Oder das Sondereinsatzzeichen. Und dann kann man für 99 Donuts permanent Multitasking freispielen. Und alle drei Dinge parallel machen. Der Thomas Elf. Was ist mit dir los? Ähm. Nichts. Was soll mit mir los sein? Dann der Luca Slash Spryly schreibt. Hey Spiele Trend. Ich feiere deine Videos so hard. Und falls du das liest. Hoffe ich. Dass ich im Video bin. Grüße mich. Und kann ich in deine Freundesliste. LG Spryly. Danke für die Videos. Mh. Nice. So. Natürlich kannst du in die Freundesliste. Mh. Das weiß ich auch nicht. Was da los ist. Und ein, zwei Leute noch. Der War Devil schreibt. Ich heiße Jeff. Okay. Hi. Ähm. Also ich wollte mal sagen. Ich finde deine Videos gut. Und habe dadurch auch mit Hero Zero angefangen. Auch deine Drakensang Online Videos sind sehr inspirierend. Denn man sieht. Dass nicht jeder Pech bei den Cubes hat. Bleib frisch. Und mach weiter so. Und bleib wie du bist. Das ist ein cooler Spruch. Bleib frisch. Yo. Bleib frisch. Phoebe. Abschied. Okay. Flo Phoenix. Kondi mit Wurfwaffen. Wieso hast du Kondi mit Wurfwaffen? Warum nicht? Das ist so P. So. Flo's too much. Hat sich gelöscht. Solid Snake. Deine Meinung im Video. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kennst du mich noch. Unter meinem Namen. Habe jetzt mit Server 12 angefangen. Da ich Schulstress hatte. Beziehungsweise immer noch habe. Drück mir die Daumen. Muss morgen Mathe Prüfung schreiben. Das war gestern. Oh. Das ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Ich hoffe das ist gepackt. PS ich fand es so genial. Deine Meinung im Video bitte. Du kriegst Donuts wenn du es gelesen hast. Wer möchte kann sich das jetzt kurz durchlesen. So eine ähnliche Story habe ich schon mal gelesen. Das ist jetzt zu lang für das Video. Ich wollte das nämlich schon beenden. Und Pause klicken. Oder wie auch immer. Für jetzt bedanke ich mich für's Zusehen. Geniales Update. Dankeschön. Playata. Megamäßig. Und ich würde sagen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh. Spielt jetzt mal. Oh.